Das ist vieler als ihr. Ich werde jetzt hier on stream, first try, einen neuen Weltrekord aufstellen bei Doodlejump, ganz locker. Und dann soll mir noch mal einer sagen, da gibt es kein Gaming Content beim Stream. Ein Horrorspiel? Das wollten wir schon so lange machen, ein Horrorspiel spielen. Sollen wir ein Horrorspiel spielen mal irgendwann, Chad? Macht das Sinn? Warte, ich kann gerade nicht gucken. Oh! Okay, kurz ausruhen. Und wie komme ich hier jetzt drüber? Muss ich hier nach links? Nach links muss ich jetzt, glaube ich, oder? Ich habe Angst aber vor dem Spring jetzt hier. Ich wusste es, du Huren-Nutten-Sohn! Jetzt wollen wir die Kanalwette machen. Lass Kanalwette machen. Schaffe ich es auf über 30.000? Ja oder nein? Motz, Kanalwette bitte rein. An alle, die nicht an mich geglaubt haben, guckt zu und lehrt. 30.000, Chad. Weil ich tricksen wollte. Weil ich tricksen wollte, ich dummer Bastard. Ich dummer Bastard, weil ich tricksen wollte. Eins, wer broke ist jetzt? Alter, das tut mir so leid für euch, Chad. Das tut mir so leid. Ich habe es so verkackt gerade. Ich will mir selber ins Gesicht hauen. Alter, fuck, man. Nochmal? Wollt ihr nochmal, Chad? So, Visage. Okay, neue Wette, schaffe ich 30.000 oder nicht? Diesmal ohne tricksen, Chad. Versprochen ist, versprochen wird nicht gebrochen. Wenn ihr noch Points habt überhaupt. 81% sagen, dass ich es nicht schaffe. Junge, das ist gottlos. Neuer Versuch, schaffe ich 30k, ja oder nein? Hurensohn! Du kannst auch schießen mit der Maus? Ich kann da schießen? Ich kann da schießen, Chad? Fuck. Das habe ich vergessen. Oh, fuck. Das hätte ich mir davor sagen müssen. Okay, noch eine. Letzte, Chad. Noch eine Wette. Noch eine Wette. Mitschießen. Schaffe ich 30.000, ja oder nein? Jetzt schaffe ich es. Mitschießen. Dann lag es auch nicht an mir, dass ich es nicht geschafft habe. Leertaste, ja, ja. Es lag nicht an mir, Chad, dass ich es nicht geschafft habe. Ich brauche jetzt ein anderes Lied. War ich ernst, Chad. Neue Wette. Ihr könnt jetzt abstimmen. Viele haben Geld gemacht gerade. Viele sind junge Millionäre geworden gerade. Ja, keine Musik? Ja, ja. Und auch wegen Schießen, Chad. Auch wegen Schießen. Ganz klare Nummer. Und welchen Punkten? Eins, wer broke ist? Okay. 90% sagen, ich schaffe es nicht. Das ist eine bohnenlose Frechheit. Und ich werde euch vom Gegenteil überzeugen. Ich werde euch vom Gegenteil überzeugen, Chad. Wartet ab. Ihr glaubt nicht an mich. Guckt, was jetzt passiert. Ihr müsst euch nicht an mich machen. Und ich schreibe rein, Bruder. Langsam. Mach langsam, kleiner. Mach langsam, kleiner. Immer langsam, kleines Fohl. Immer langsam. 20.000, gleich geknackt. Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Rot-Chip-Theorie. Jetzt wird ermordet. Ja! Hört ihr das? Jedes Mal, wenn das Sprunggeräusch kommt, stellt ihr euch vor, dass mein Penis gegen eure Backe klatscht. Hört ihr hin? Und? Wie geht's euch gerade, Chad? Wo sind jetzt die Leute, die ja nicht an mich geglaubt haben? Insolvent? Wir erhöhen die Wette, Chad. Ich bin bei 30.417. Neue Wette, komme ich auf 50.000. 50.000. Komme ich auf 50? Ja oder nein? Ich bin der Zuhälter. So, jetzt bin ich mal gespannt, was ihr jetzt hier gleich wetten wollt. 50.000 ist das Ziel. 58.000. Ab loads of conversations with just me and trust me, I'll give a chance now. Take my hand, stop. Let's not talk too much. Tap on my waist. 50.000. I'm in love with the tape of one week. I'll leave and get in a taxi. Kiss in the back seat, behind the drive and bad. Der ist es. Der ist es. Let's go. Oh, let's go. Let's go, Junge. Was ist hier los? Ich bin hochbegabt. Ich bin hochbegabt. Mit jedem Sprung knallt mein Cock gegen eure Stimme. Jetzt raue ich eine Gewinnerzigarette. So. Ich möchte es von euch wissen, Chat. Bin ich hochbegabt, wenn es ums Gaming geht? Ja oder nein? Das ist doch nicht normal, dass man hier beim dritten Versuch so eine Latte hier hinlegt. Aber oft knappe Geschichte gewesen. Knappe Geschichte. Sollen wir nochmal neue Wette machen? 65.000. Schaffe ich 65.000? Ja oder nein? 65.000. Okay, Wette läuft. Da steht zwar 50.000, aber es ist 65.000 gemeint. Okay, jetzt. Neue Wette. Neue Wette drehen. Ihr könnt jetzt abstimmen, Chat. Neue Wette. Kann mir jemand Kanalpunkte leihen. Bei 80.000 stecke ich mir einen Besen in den Arsch. Ich will, dass du das auf Discord live machst. Mit Facecam. 100.000 wäre krass. Chat, wenn ich heute 100.000 schaffe, dann ziehe ich mich nackt aus und lasse mich auf Twitch sparen. Ich war letztens die Deutschlands beste Subway-Surfer. Emily, es interessiert keinen. Gibt es einen Kredit auf Kanalpunkte? Chat, ich verkauf Kanalpunkte. Eins, wer kaufen will. Ich verkauf 100.000 Kanalpunkte für 75 Euro. Gibt es exklusiv bei mir. 65.000. Das ist das Ziel. Wir haben hier direkt einen schwierigen Sprung vor uns. What the hell are you waiting for? Ja! Nein! War es alles oder nichts? Chat, ihr habt ein Spielproblem. Das wisst ihr, oder? Ihr habt ein richtiges Spielproblem, Chat. Chat, geht ihr eigentlich noch pennen oder macht ihr durch? Eins, wer komplett durchmacht. Zwei, wer pennen geht. Trigger, ich war auf dem Stein drauf. Eine geht noch. Chat, was war nochmal mein Rekord vor? Irgendwas sind 50.000, oder? 50.000. Einer geht noch. Jetzt wetten. Chat, wollt ihr nochmal eine Wette machen? Ja oder nein? Schnell, 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 schnell. Ja oder nein? Ja oder nein? Ja, okay. Motz, könnt ihr eine Wette machen? Komme ich auf 30.000. Erstmal 30.000, Chat, ja? Oh, war das knapp. Der war close. Oh, Junge, das war close as fuck, Digga. Holy fuck. Digga. Das war eine miese Falle. Da war ein Loch und ein Monster, aber ein fettes Monster. 30.000 GG. Nice. Ich muss kurz eine Stelle finden, wo ich stehen bleiben kann. Dann machen wir eine neue Wette. Oh, Junge, ich kann nicht stehen bleiben gerade. Gleich, Chat, gleich, ja? Gleich. Okay, warte. Let's go, Chat. GG. Fucking GG. Alter, ich bin fast bei 50.000 fast. Ah, okay. Neue Wette, ich würde sagen 60.000, okay? Weil jetzt wird es echt schwierig, Chat. Neue Wette. Schaffe ich 60.000, ja oder nein? Warum so früh Livestream? Bruder, ich habe noch nicht geschlafen. Haben gerade viele verkackt bei der Wette, Chat. Haben viele gedacht, ich schaffe es nicht. 80 oder Lacher. Ja, erstmal 60, Chat. Und dann machen wir weiter, das sollte ich schaffen. 60% sagen, nein, ich schaffe es nicht. Okay. Frech. Neue Rekorde, GG. Nice, 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 nice. Nice, 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 nice. Oh, Digger, Digger, Digger. 60.000, let's go. Wette auflösen. Okay, let's go, Chat. 60.000 sind drin. Ui, 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 ui. Bruder, ich habe gedacht von 0 an. Nein, natürlich nicht. Okay, 60 haben wir, Chat. Neue Wette. Sollen wir gleich 80 machen? 80 wäre aber schon hart. Komm, scheiß drauf, wir machen 80. Wir machen 80, Chat. Wir machen direkt auf 80. Schaffe ich 80.000, ja oder nein? Um die Uhrzeit, so viel für meine Herzen, Rudi. Ja, spannend, ja. Hol mir die jetzt mies zurück. Ihr seid alle spielsüchtig, aber das ist grauend. Neue Wette ist drin, Chat. Ihr könnt jetzt wetten. Boah, wenn ich auf 80k komme, das wäre krank. Aber hier ist direkt schwierig, wo ich gerade bin. Das ist ein schwieriges Kunststück, was ich jetzt hier machen muss. Der ist schwierig. 70% sagen, nein, ich schaffe es nicht. 80k kritisch? Ja, 80 ist schon viel. Okay, ich muss jetzt einfach hier von links nach rechts drüber. Dr. Ja, wir sind hier inkov二 around. Du hast hier in unsergeht. Du hast das einen schenke ich. Das ist wirklich ein guerraisch drab ليst. Ich habe ins-건at mit 해도... Das schon mal neu in das ist meine Wette ist.